Lordis Welt! Penis! Folge 2 Lordi Grills Hey Guys! Ich bin Lordi Grills und heute bin ich fernab der Zivilisation im Dschungel. Und zuallererst gehen wir hier hoch und dann suchen wir uns einen schönen Standort. Ich muss mich erstmal orientieren und deswegen brauchen wir den höchsten Baum in der Gegend. Ach! Guck mal, da ist ja schon der perfekte Baum dafür und deswegen laufen wir da jetzt mal hin. Okay Leute, hier ist der Baum wir klettern auch direkt hoch und denkt immer schön daran, immer aus dem Bein und nicht mit den Armen. Oh! Meine Arme tun weh! Oh! Ja Leute, jetzt sind wir auch schon hier oben und hier müssen wir einmal rüberspringen und wow! Seht euch diese Landschaft an! Also die ist schon wunderschön! Ah! Vido! 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 Okay, Leute, ihr seht ja, es wird jetzt schon dunkel und deswegen müssen wir uns einen Unterschlupf suchen. Und seid schön aufmerksam, denn der Dschungel kann uns alles bringen, was wir wollen. Kommt mit. Ach, guck mal, da ist hier schon direkt eine Kiste und da gucken wir auch direkt mal rein. Ach so, aha. Guck mal, da ist schon wieder alles drin, was wir für einen Unterschlupf brauchen. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder, indem ich das Haus fertig baue. Okay, wie ihr hier seht, mein kleiner, bescheidener Unterschlupf ist fertig geworden und deswegen kann ich mich jetzt endlich schlafen legen. Boah, ich kann gar nicht schlafen, ne? Diese Moskitos sind so schlimm, die stechen einen überall. Könnt ihr sie hören? Ja. Also, ich finde, das geht gar nicht und deswegen muss ich jetzt einfach so tun, als könnte ich schlafen. So, jetzt bin ich ausgeschlafen und jetzt können wir endlich anfangen, aus diesem Dschungel rauszukommen. Kommt mit. Ich bin jetzt schon so lange unterwegs, ich weiß nicht mehr, ob ich das packen werde, aber ich werde jetzt noch ein bisschen laufen und vielleicht werden wir es aus dem Dschungel raus schaffen. Boah, Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wisst, aber ich bin jetzt schon so lange gelaufen, ich weiß nicht mehr, ob ich aus dem Dschungel rauskomme. Aber, was sehe ich da hinten? Zivilisation. Ja. Also, was ich euch noch sagen wollte, mit den richtigen Tipps kommt ihr auch aus dem Dschungel raus und ich sehe da auch schon den ersten Menschen und das finde ich super und der zündet mich aus Freude sogar schon direkt an. Was ist... Lordi? Victory is great. Lordis Welt. Penis.